Musik Hey, ich bin's wieder, Thomas von Tom2Tom Games und das ist die zweite Folge. Folge unserer Retro-Let's-Play-Reihe zu SimCity 1 aus dem Jahre 1989. In der vergangenen Folge haben wir eine neue Stadt gegründet, nämlich Tom2Tom Valley. Sieht man ja auch, ich meine, vom Valley sieht man nicht viel, denn die, das muss man hier sagen, die Karte, die ist flach. Flat Plains hier quasi, ja, das ist also noch nicht drin enthalten. Ihr seht, es gibt Wasser, ja, es gibt, naja, Grünflächen, von Bäumen kann man ja auch noch nicht reden. Es gibt Grünflächen, aber jetzt an, ja, an verschiedene Gelände, wirklich, ist hier noch nicht zu denken. Aber so ist das eben, das kommt in den Nachfolgern erst, von denen habe ich jetzt ja schon in der ersten Folge oft, oder dazu habe ich schon oft was gesagt. Die Nachfolger hiervon sind übrigens SimCity 2000, SimCity 3 und SimCity, jetzt darf ich nicht lügen, 4 meine ich. 4. Ah, SimCity 3000 heißt es ja, 2000, 3000 und 4. Ja, musste ich nochmal nachgucken. Ähm, ein bisschen komisch. Also 2000 ist klar, das, äh, hat ja was damit zu tun, das sollte modern wirken und so. Ist in den 90ern schon erschienen, nicht erst 2000. Ähm, ähm, dann hat man das, glaube ich, beibehalten und hat dann hinterher gemerkt, das ist jetzt auch blöd, warum soll man das 4000 nennen, das macht auch keinen Sinn. Ist der vierte Teil. Nehmen wir wieder SimCity 4. Na gut. Ähm, und da hat es immer wieder Erweiterungen gegeben und Ergänzungen, also es hat auch zu den Spielen Erweiterungspakete natürlich gegeben, mit anderen Gebäuden, mit anderen Szenarien und so weiter. Ähm, aber es hat eben vor allen Dingen auch im Spiel Erweiterungen gegeben, Änderungen, verschiedene Straßentypen, die man bauen kann, andere Transportsysteme allgemein, U-Bahn, dann, ähm, ist das, äh, Wasserversorgungssystem natürlich dazu gekommen, Müllentsorgung ist ein Thema. Solche Dinge. Alles Mögliche. Und, ähm, ja, das fehlt alles hier in SimCity 1, wie ihr inzwischen schon festgestellt habt. Ja, wir waren jetzt im Januar 1908. Das Problem ist tatsächlich, dass wir bisher nicht unbedingt so richtig, ähm, reinhauen hier, was das Geld angeht. Und wir müssen irgendwie dazu kommen, mehr Geld zu verdienen. Und das bedeutet, unsere Stadt muss wachsen, 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 wachsen muss die Stadt. Und, ähm, deshalb würde ich sagen, geht's einfach weiter und wir bauen schön weiter, ähm, unsere Wohngebiete hier. Ich baue da jetzt bewusst so, weil ich später gerne noch was reinbauen wollte. Ich weiß aber gar nicht, uh, ob das geht. Und, ähm, Hafen, Flughafen, naja, dann nicht. Ich hatte eigentlich gedacht, also auch Schulen sind hier halt noch nicht bei. Ähm, kann man nicht machen. Es gibt hier nur Polizeiwachen und Feuerwachen und Parks, die ich blöd setze. Deshalb also umso wichtiger natürlich hier ein bisschen das hübsch zu machen. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass das was bringt, wenn wir hier so einen schönen Park hinsetzen. Kostet auch 10 Dollar. Und natürlich brauchen wir noch eine richtig hübsche Straße eigentlich, wobei die beschweren sich hier jetzt bisher nicht, dass keine Straße da ist. Aha. Und wir machen Plus. 58. Cashflow. 58 Dollar. Sehr erfreulich. Also hat unsere, unsere Aktion was gebracht. Jetzt habe ich natürlich Straßen dazu gebaut. Das heißt, beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich wieder, ach, fürchterlich. Die Maussteuerung macht mich kirre. Äh, beim nächsten Mal wird es sehr wahrscheinlich wieder etwas teurer werden. Vielleicht weniger Gewinn sein. Es sei denn, wir haben genug Zulauf. Hier fährt unser Zug. Und ihr seht jetzt schon, also ein ganz großes Problem in meiner Stadt ist eindeutig der Verkehr. Oh, hier das Commercial. Das ist ja ein richtig schönes Hochhaus schon, was da gebaut wurde. Und das sieht auch toll aus hier. Es sieht so ein bisschen aus wie das Rathaus soll, aber auch das wäre ja eine Commercial Zone. Also, ähm, ja, Gewerbegebiet ist ja falsch. Ja, also, eigentlich ist es ein Gewerbegebiet. Oh, wir sind jetzt eine City. Nicht mehr eine Town. 10.000 Einwohner haben wir. Sehr schön. Ja, in nur neun Jahren. Das ist schon ganz ordentlich hier als Stadtwachstum. Das ist ja schon, äh, schon so ein bisschen was, äh, hat ja jetzt hier schon was vom, vom Goldgräber, äh, Feeling, ja. Äh, die Leute rennen uns ja quasi die Hütte ein. Ich werde mal die Eisenbahn hier unten ein bisschen weiter bauen und zwar dann wieder da rüber ziehen. Das wird uns wieder mal Geld kosten, aber, ähm, ich habe die Hoffnung, dass das gut für den Verkehr ist. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Ah, ja. Also, sah mir jetzt, zack, erstmal so aus. Als würde der Verkehr dann verschwinden, aber dauerhaft tut er das nicht. Naja, ähm, ziehen wir mal noch hier rüber. Aber, ich muss ein bisschen gucken, ich gebe, man gibt schnell Geld aus und ihr seht ja, jedes Jahr kommen im Moment jetzt 124 Dollar rein. Also, im letzten Jahr waren es ja nicht mal so viele. Äh, da kann man gar nicht so viel ausgeben. Das ist schon ein Problem, ne. Also, man kann hier nicht so wild die ganze Zeit damit um sich werfen. Ich, äh, probiere mal aus, ob das was ändert hier. Äh, ich habe jetzt mal da noch eine Bahnlinie direkt an die, äh, Wohnflächen herangebaut. Ob das positiv oder negativ ist, weiß ich gar nicht so richtig. Ich sehe nur, ähm, dass es auf jeden Fall Nachfrage nach allen, äh, Sachen gibt. Nach Commercial, nach Industrie, nach allem. Und, äh, das bedeutet im Prinzip, wir müssen direkt hier, äh, auch weiter wachsen, ne. Okay. Also, wenn man zu blöd ist, die Maus zu bedienen, dann sollte man es einfach lassen. So. Und wo bauen wir jetzt die nächsten Wohngebiete, würde ich jetzt noch hier oben weiter bauen. Das ist dann halt weiter weg vom, ähm, ist vor allen Dingen weiter weg von der Industrie und damit von der Luftverschmutzung. Das ist schon mal sehr erfreulich, wobei ich glaube, dass durch die Autos, also die Verkehrsdichte ist ja mega hoch, ähm, ehrlich gesagt, auch eine Verschmutzung hier entsteht, die nicht zu verachten ist. So, jetzt brauchen die noch Strom. Und dann harren wir mal den Dingen, die da kommen mögen. Ich habe die Hoffnung, jetzt ist gleich das Jahr wieder vorbei. Vielleicht nehmen wir ein bisschen Geld ein. 108, ja, ist nicht die Welt. Und jetzt haben wir eben wieder Gebiete, die nicht gut versorgt sind, was Polizei und Feuerwehr angeht. Das ist natürlich wieder ein bisschen ärgerlich. Da kann ich auch gerade irgendwie nichts dran machen. Ja, schöne große Wohnkomplexe haben wir jetzt da schon. Interessant ist, dass dieses eine, das eine, ähm, Gewerbegebiet da, dass da nichts drauf gebaut wird. Ich weiß nicht, was da los ist. Ähm, obwohl ja Nachfrage nach Gewerbeflächen weiterhin besteht, ich könnte mir sonst vorstellen, da auch noch ein Wohngebiet daraus zu machen. Da bin ich gespannt, ob das hilft oder ob das sich eher negativ auswirkt. Da möchte keiner bauen. Ich meine, vielleicht liegt das auch da dran, dass da die Polizei direkt neben ist. Aber vorstellen kann ich noch nicht. Ich meine, sicherer kann man doch nicht wohnen als direkt neben der Polizei. Es sei denn, die würden in die Luft gejagt, aber ich, ja, gehe davon aus, dass das nicht passiert. Hier machen wir jetzt mal was anderes. Da machen wir mal Park mitten rein. Ich hatte ja das in der ersten Folge schon gezeigt. dass man sowas hier tun kann. Und so kann man mitten rein Parks bauen. Auch das hier eine ganz nette Sache. Oh, eine ganz nette Sache. Und das macht uns natürlich ein bisschen hochwertiger mit so einer Parkanlage mitten drin. Andererseits ist klar, was kann da nicht gebaut werden? Ja, da können nicht diese großen Gebäude gebaut werden, die ja 3x3 immer brauchen. Und das heißt, hier können nur noch diese Einzelgebäude stehen. Groß was anderes gibt es eben auch nicht. So, jetzt nehmen wir 100 noch was Dollar im Jahr ein. Das ist ja schon mal ganz erfreulich. Und aus diesem Grunde würde ich ja sagen, wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Geld. Ich schalte mal auf Fast hoch, damit wir mal ein bisschen Geld einnehmen. Alles kostet nämlich Geld. Also auch das Einrichten eines Wohngebietes kostet mich Geld. Und wenn ich jetzt 178 im Jahr verdiene und das Einrichten der Fläche kostet alleine schon 100 Dollar, dann ist klar, ich kann hier im Moment nur Geld verlieren. Hier die Commercial Zone, die ist ganz schön oben mit dem Schwimmbad oben, also oben mit dem Schwimmbad oben, ja. Mit dem Schwimmbad oben auf dem Dach. Das gefällt mir sehr gut. Da sind also jetzt auch nochmal höhere Gebäude offensichtlich entstanden. Alle Industrieflächen sind belegt. Ach super, jetzt machen wir 263 Dollar im Jahr. Alle Industrieflächen sind voll belegt. Das heißt, Industrie müssen wir auf jeden Fall neu ausweisen. Und alle anderen Flächen sind auch bebaut. Ja, dann würde ich sagen, muss es eigentlich weitergehen. Aber wir machen halt eigentlich nicht genug Geld bisher. Das ist ganz ärgerlich. Es hält nicht so ganz Schritt mit dem, was ich vorhabe, auch hier beim Ausbau. Ich hoffe jetzt, dass das irgendwie funktioniert noch. November. Ja, gleich sind wir wieder bei über 8000 Dollar. Da könnten wir eigentlich nochmal ein paar weitere Zonen ausbauen. Oh ja, es steigt auch weiter. Also, wir scheinen ja doch an Population noch zuzunehmen. Im Moment sind jetzt erstmal die Stimmungswerte wieder ein bisschen gesungen. Wir sind auf 62 Prozent. Wir waren ja, war das in der letzten Folge, auf 78 Prozent hoch. Traffic ist ein großes Problem. Steuern nur noch das fürtschlimmste Problem. Und wir haben fast 20.000 Einwohner bei uns in unserer Stadt. Das ist natürlich auch schon ganz schön stark. Und haben 2400 Einwohner im letzten Jahr dazu bekommen. Ich würde sagen, jetzt sind wir bei über 8000. Da können wir gut nochmal Flächen ausweisen. Ich mache einfach direkt wieder 6. Die kann ich dann wieder umrunden, sozusagen, hier mit der Straße. Dann ist das alles gut angebunden. Und dann, oh, da ist ein ziemlicher Lärm draußen. Ich hoffe, man hört das nicht so in der Aufnahme. Keine Ahnung, was da jetzt gerade passiert. So, das binden wir natürlich an. Und dann brauchen wir ein paar Commercial Zones nochmal. Eins und zwei. So, eins und zwei. So. Und was haben wir? Einen Verkehr. Das ist ja eine Katastrophe. Aber wir bleiben im Plus bei 334. Das ist schon mal sehr erfreulich. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir hier auch wieder irgendwie was mit Straße hinkriegen. Verbinden wir hier unten mal noch. Und jetzt brauchen wir ganz... Ja, wobei, also jetzt steht hier nichts mehr von Residential Zones. Sind auch jetzt gerade mal wieder nicht mehr alle vergeben, sozusagen. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir jetzt wieder mehr Arbeitsplätze in der Industrie haben. Ob man damit dann vielleicht schon... Soweit ist, dass wieder mehr Häuser benötigt werden. Oh, Brownouts. Build another power plant. So, und da haben wir schon die Situation, die ich eben schon angedeutet habe. Wir haben also jetzt das Problem, dass wir nicht genug Strom liefern können. Und, ähm, das heißt, wir brauchen ein weiteres Kraftwerk. Auch, außerdem sieht man, dass, ähm, und das kostet natürlich... Eieiei, ja, jetzt werden hier die Flächen ausgegraut. Alles, was man sich nicht leisten kann, das wird ausgegraut. Flughafen und Hafen kann ich mir jetzt schon nicht mehr leisten zu bauen. Aber das ändert sich sicher bald wieder. Jetzt habe ich noch viereinhalbtausend und, äh, unsere Einwohner hätten gerne ein Stadion. Die möchten sich amüsieren. Außerdem haben wir wieder ein Problem mit der Kriminalitätsrate. Da könnten wir eigentlich auch nochmal die... uns die Karte anschauen. Ähm, hier ist die Crime-Rate, die Crime-Map. Ja, und da sieht man jetzt ganz deutlich, klar, der Bereich um die, äh, Polizeiwache, der sieht gut aus. Die ist ja hier so. Und dann in den Randgebieten, ja, da sieht es nicht ganz so bombastisch aus. Aber, wie gesagt, 100 Dollar kostet das im, äh, im Jahr. Ich bin auch so ein bisschen in den Hotel gerissen. Andererseits, ich denke, ich werde wahrscheinlich auch nicht drum herum kommen. Ähm, deshalb könnte ich jetzt hier irgendwo, vielleicht hier, na, eher hier unten drunter, ne, auch nicht, hier bauen. Das ist so nah da dran. Ich baue hier mal noch eins. Und dann baue ich direkt dazu noch zwei weitere Wohngebiete. Ah, ist falsch ausgedrückt. Ich weise sie aus, diese Wohngebiete. Und hier direkt am Meer, ähm, mache ich das auch noch. Und zwar eins, zwei. Ihr seht schon, wenn man auf die Küstenlinie geht, dann erweitert er das so ein kleines bisschen. So, und jetzt müssen wir nur noch einmal Powerline machen. Und da haben wir natürlich ein richtig tolles Wohngebiet jetzt hier, direkt am Wasser, direkt am Fluss. Da möchte man schon ganz gerne, ähm, wohnen. Ich hoffe, dass sich das auch in den Steuern niederschlägt. Dann, ähm, wäre es vielleicht möglich, so ein Stadion zu bauen. Das kostet 3.000 Dollar. Das ist natürlich eine Menge. Wir haben nur noch 3.990 Dollar. Ähm, naja, jetzt warten wir mal erstmal das nächste Jahr ab. Verkehr ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Also, wir stehen hier kurz vor dem Verkehrskollaps in der Stadt, würde ich sagen. Ich würde sehr gerne die Steuern erhöhen, um mehr Geld einzunehmen. Aber die Bevölkerung hat ja schon gesagt, dass Steuern für sie, zumindest für 10%, ein Problem darstellen. Und das möchte ich natürlich jetzt auch nicht forcieren. Hier in dem Wohngebiet ist ja interessant, das sind so kleine Häuschen. Oh, hier ist ein Krankenhaus jetzt entstanden. Auch interessant, dass das, äh, auf Wohngebietsflächen ein Krankenhaus ausgewiesen wird. Tja, ansonsten ist noch, äh, also Industrieflächen sind noch da und jetzt sieht man es hier. Also, es ist alles so. Es muss, muss sich, glaube ich, gerade ein bisschen setzen. Wir haben jetzt 210, als Einnahme 210 Dollar. Ähm, wir können uns das mal angucken, wie hat sich denn die, ach ja, ja, die Population, also die, die, der Bevölkerungszuwachs, der ist so ein bisschen abgeflacht, würde ich sagen. Ähm, Luftverschmutzung. Ah ja, also da sieht man ganz klar, wo wir die zweite Polizeiwache gebaut haben. Da ist nämlich dann die, äh, Kriminalitätsrate doch deutlich gesunken. Kann man hier auch alles in einen, ähm, alles in einen Grafen packen. Zehn Jahre oder 120 Jahre, da, dann sieht man auch schon, man kann das, äh, ein Jahr länger spielen, als man vielleicht so erwartet. Bis zum Jahr 1920 jetzt. Und ich glaube, hier oben ist verkehrstechnisch nichts mehr zu machen. Und wir, wow. Was ist denn mit unseren Einnahmen passiert? Die brechen total weg, die Einnahmen. Äh, ich hab schon das, fast das Gefühl, wir haben weniger. Ja, wir haben 1.460 Personen, äh, 1.460 Einwohner verloren. Und nur noch 54% der Bevölkerung sagen, dass wir unseren Job gut machen. Das ist natürlich eine Katastrophe. Bedeutet, wir müssen hier mal gucken, dass wir alles ein bisschen hübscher machen. Ich fange mal damit an, dass ich ein paar Parks baue. Natürlich nicht direkt auf die Küste, weil ich finde das immer ärgerlich, wenn das kaputt gemacht wird, die Küstenlinie. So ein etwas hinten gelegener Park. Park, so. Jo. Commercial Zones sind auf jeden Fall ausgebucht. Das klappt gut. Die Wohngegenden, ja, die sind so ein bisschen, lassen so ein bisschen zu wünschen übrig. Jetzt erholen sich aber gerade die Zahlen. Ich bin also gespannt. Hoffe, dass es nächsten Monat nochmal besser aussieht. Zeitmäßig haben wir auch ein bisschen 20 Minuten gespielt. Ja, die wollen das Stadion. Und ich möchte aber nicht mein ganzes Geld für das Stadion ausgeben. Das ist natürlich ein Problem. Ich weiß auch nicht, wo ich das Stadion gut hinbauen könnte. Da vielleicht. Stadion braucht natürlich auch Strom. Klar. Stadion hat Strom. So, und da gibt es jetzt immer, wenn ich es richtig im Kopf habe noch, da kommen immer so Spiele. Ab und zu ist also einfach alles voll da. Die Parkplätze sind voll. Jetzt, da ist ein Spiel, es sieht mir aus wie Football, wegen der Linien auf dem Feld. Wird Football gespielt, der Parkplatz ist voll und wieder leer. Und ein Jahr ist vorbei. Oh ja, und das hat es doch jetzt gebracht. Also offensichtlich hat uns das was gebracht. Die Leute sind wieder zufriedener und kommen jetzt wieder eher in unsere Stadt. Ja, ein Zuwachs von fast 3000 Personen in der Stadt. Das ist natürlich sehr erfreulich. Crime und Traffic bleiben die Hauptprobleme von Tom to Tom Valley. Mai 1923 haben wir inzwischen. Ja, jetzt wo das Geld halt knapp wird, da merkt man, kommt das Ganze etwas ins Stocken. Also, das ist eben das Problem. Man hat ein ordentliches Startkapital, damit kann man loslegen. Aber dann muss man sehen, wo man bleibt. Und das ist hier gar nicht so einfach, muss ich sagen. Also man muss jetzt tatsächlich ein bisschen Zeit absitzen. So, da oben haben wir eine Kirche, die steht auch schon länger da, ist auch ganz hübsch. Noch ein Krankenhaus, zwei Krankenhäuser haben wir. Und jetzt über 400 Dollar schon. Wie viele Zuschauer, will ich schon die ganze Zeit sagen, wie viele Einwohner haben wir? 27.000, kurz vor der 30.000 sogar schon. Nicht schlecht. Ich baue mal drei Parks oder so hier. Zack. Einfach, um es ein bisschen netter zu machen. Hier und da noch ein Park daneben. Und da wird sich schon irgendwer darüber freuen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, hier mal ein bisschen... Ja, was können wir denn eigentlich noch uns angucken? Nee, da können wir gar nichts angucken sonst. Da ist das Print, ne? Und... Vielleicht müssen wir uns noch was schneller stellen, damit da einfach ein bisschen vorwärts geht. Ich gehe mal auf Fastest. Ah, jetzt geht's los. So. 449 Dollar. Und jetzt ist alles hoch. Also alles scheint ausgebucht zu sein. Ja, alles ist belegt. Jetzt können wir wieder ganz neu anfangen. Und können wieder die üblichen Sachen eigentlich machen. 495 Dollar nehmen wir ein. Das ist gut, aber auch nicht so mega viel. Also so wird man natürlich nicht reich. Das wird nicht die reichste Stadt hier der Welt. Tom to Tom Valley. 543. 543. 543. Ja, ihr merkt schon, mir fällt gerade gar nichts ein. 523. Okay. Ja. Jetzt können wir bald wieder bauen hier. Wo bauen wir weiter? Bin auch unentschlossen. Und was bauen wir weiter? Commercial brauchen wir auf jeden Fall. Könnten wir hier oben auf jeden Fall auch noch eine Reihe hinsetzen. Vielleicht. 1, 2, 3, 4 Stück. Die natürlich auch noch... Ne, die brauchen keinen Strom. Die hängen ja da an dem Kirchengebäude sozusagen dran. Ja, jetzt muss ich da oben noch ein bisschen Platz lassen. Ach, das ist blöd. Da hatte ich ganz zu Beginn, hatte ich mich da verklickt mit dem Strom. Und dann geht das nicht mehr. Okay. So, ja, Commercial ist schon wieder voll. Das hat also total reingehauen und bin ich gut losgeworden. Hier würde ich jetzt mal Platz lassen, um irgendwas zu bauen noch. Ja, wobei, könnte ich eigentlich besser ein paar Häuser hinsetzen. Oh, jetzt sind wir aber ordentlich fortgeschritten. Für 1931 schon. Okay, das passt gut. 639. Es wird immer höher. Sehr schön. So, das neue Wohngebiet füllt sich auch. Ich habe auch die Küstenlinie gelassen. Die sieht so nett aus. Und, ähm, ja. Was soll ich sagen? Wir gucken mal nochmal, wie weit wir eigentlich sind. 3, also es wird immer knapper, was interessant ist. Die Stadt wächst. Jetzt ist letztes Jahr ein bisschen geschrumpft. Aber wir sind über 30.000 Einwohner. Ähm, Steuern sind ein Problem. Ich möchte die aber immer noch nicht senken, ehrlich gesagt. Äh, denn ich bin ja froh, dass ich jetzt endlich mal ein bisschen Geld verdiene. Ja, Crime ist ein Problem. Ähm, da müssen wir uns nochmal drum kümmern. Aber das ist eher was für die nächste Folge. Ja, ich, äh, ich mache jetzt auch mal nochmal langsam. Und, ähm, ja, ich möchte mich bedanken, dass er auch in der zweiten Folge hier dieser Retro-Reihe von SimCity dabei war. Ähm, der, ähm, dem Spiele-Klassiker von 1989, der noch mehrere Nachfolger und diverse, ähm, Spin-Offs und was weiß ich hatte. Ähm, ja, ihr seht, es ist noch etwas einfacher. 1989 halt, nicht? Es ist jetzt noch nicht so überkomplex von den Möglichkeiten. Es gibt Phasen, in denen man wenig tut. Ähm, ähm, es ist auch nicht so ganz einfach, direkt das Geld zu verdienen. Das braucht seine Zeit. Aber auch das ist ja in Ordnung in so einem Spiel. Ja, ich bedanke mich, wie gesagt, dass ihr dabei wart. Äh, lasst doch bitte, ähm, bitte gerne einen Daumen hoch da. Oder ein Abo. Oder beides. Oder alles auf einmal. Ich freue mich auch über eure Kommentare, konstruktive Kritik. Äh, Dinge, die ihr über das Spiel wisst, die ich nicht erwähnt habe. Oder Dinge, die ihr über die Steuerung wisst, die ich, äh, dann eurer Meinung nach offensichtlich auch nicht weiß. Ähm, ja, schreibt alles rein. Ich lese es mir durch. Vielen Dank und bis bald. Euer Thomas von Tom2Tom Games. Ich lebe's. Ich lebe's.